Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, Minewar und ja, ich freue mich drauf, dass wir heute mal eine Runde zusammenspielen und yo, wird ganz lustig, hoffe ich mal. Ja, ich kau gerade einen Couch, gehe also nicht wundern und es wird ganz lustig, wird ganz lustig. Ich bin Team Gold, habe ich gerade gar nicht gesehen und ja, in 8 Sekunden, 7 Sekunden ist dann das Ende der Krisperiode und dann schaue ich mal, wie gut es wird, ja, lol, haben wir schon den ersten gepackt und gleich mal zurückrennen, denn ich will nicht sterben. Lapis hat schon richtig viel verloren. Oh, Lapis wird gerade rausgemorscht, Lapis wird gerade rausgemorscht, oi, oi, oi. Oh, 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 Diamant hat auch schon ein Leben verloren. Jo, das ist natürlich dann schon gut, dass wir noch ein paar Leben haben. Na ja, nicht getroffen. Ja. Und dann mal watchen, wie es jetzt läuft. Oh, vielleicht, vielleicht. Vielleicht, 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 vielleicht. Ähm, ja, ich hoffe mal, natürlich, dass das ganz gut wird, ganz lustig, hoffentlich, mal. Diamant hat auch schon Leben verloren, wir noch nicht so viele. Oh, das tat weh, das tat weh, das tat auch weh, und das tat noch Ärger weh. Jo. Ähm, ich werde wahrscheinlich gleich gemorscht. So, wie es aussieht, ich habe noch ein Leben. Ein halb, ja, ich bin tot, es war klar. War, war klar, war so klar. Hm, verdammt, die Runde nicht geschafft, ohne einmal zu. Naja, einmal ist bis jetzt ja noch nicht so schlimm. Und mal watchen. Ich habe Drogen, aber keine Pfeile. Tja, das bringt viel. Hm. Lapis hat noch 10, Gold noch 17, ja, okay. Also ich werde hoffen, dass wir nicht als erstes raus sind, so. So ein hiesliger Junge. Haben wir jetzt geholt. Gemorscht haben wir ihn. Gemorscht, gemorscht, gemorscht. Oh. Schade. Schade. Es hat nicht ganz gereicht, Mama. Es hat nicht ganz gereicht. Nee, es hat nicht ganz gereicht. Hm. Naja. Nator Plays haben wir. So muss das, Jungs, so muss das. Heute läuft's. Zumindest hier. HG irgendwie nicht so. Und jetzt gleich mal verschanzen, Leute. Gleich mal verschanzen. Team Lapis hat noch 5, Team Diamond noch 7. Wie viel haben wir noch? Ja, Leute. So muss es, so muss es, so muss es, so muss man zacken. Ah, das war, oh die. Ja, das war gut. Das war richtig gut. Naja. Äh, ich bin so ein kleiner Spast. Ich kann nichts, Mama. Trag, jetzt hat er mich getötet, weil ich in der Enge stand. Shit. Das ist sehr ungesund. Das ist sehr ungesund. Naja, was soll's. Einmal ist keinmal. Hm, das war jetzt leise schon das zweite Mal. Das ist ein bisschen blöde. Das ist blöde, Mama. Team Diamond ist gleich raus. Ja, ja. Team Diamond ist raus. Ja, war ja klar. Ah, fuck, wir haben noch 9 Leben. Und die haben noch. Wie viel haben die noch? 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 Yeah, wir haben gewonnen, Leute. So muss es, so muss es, Jungs. So muss es. Woo! Voll geil, voll geil, wir haben gewonnen. Dann sag ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Und die Runde war doch ganz gut. Dankeschön. Bis dann, Leute.